Hallo, mein Name ist Dr. Uwe Rascher und du befindest dich auf der Anmeldeseite von meinem Webinar Stillentzündung die unsichtbare Gefahr. Warum Stillentzündung für unseren Körper so ein wichtiges Thema ist und die Grundbasis auch für alle Wohlstandserkrankungen erfährst du in diesem Online-Vortrag. Wie Omega-3-Fette D3K2 diesen Prozess aufhalten können, erzähle ich dir dabei. Wenn du Lust hast, trage dich ein, du bekommst von uns bei E-Mail einen Link geschickt und kannst dir dann diese Information kostenlos anschauen. Ich wünsche dir alles Gute und viel Gesundheit.